Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Hof, der Markt, Papas Wahlkampf, wie ihr das organisieren sollt, genau das ist der Punkt. Wir müssen eine andere Lösung finden. Ich mach die Prüfung in Paris nicht. Sie sind eine miese Stümperin. Ich hör auf. Wir fahren nach Paris. Eine Koalition? Auch sonst viel? Möchten Sie ein Stück Käse, Bürgermeister? Wie sagen Sie, denkt Ihr Vater wirklich, die Leute von Lassell würden einen Gehörlosen wählen? Warum sollten Sie keinen Gehörlosen wählen? Sie haben ja auch einen Idioten gewählt. Wie sagen Sie, die Leute von Lassell würden einen Gehörlosen wählen? Wie sagen Sie, die Leute von Lassell Baba, was Sie erkennen? Vielen Dank.